Hallo, mein Name ist Jorge Frank. Hallo, mein Name ist Dr. Laura Pfeiffer. Mein Name ist Dr. Barbara Mayer-Lehmann. Hallo, ich bin Sarah. Hallo, mein Name ist Marie Fuchs. Hallo, mein Name ist Vasily Kicherol-Vlandi. Hallo, ich heiße Natalia Volk. Hallo, ich bin Eleni Papa Konstantinou. Hi, ich bin Mona. Ich heiße Konstantinos Janakakis. Dass man schnellen Zugang zum Facharzt hat. Dass wir viele Patienten sehen aus verschiedenen Altersklassen, seien es wirklich neugeborene Babys bis hin zu älteren. Dass man quasi aus der Ferne schnell und unkompliziert Patienten bei ihren Problemen helfen kann. Das ist zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich von zu Hause als Ärztin arbeiten kann. Das ist für mich als Mama ein totaler Vorteil. Wie schnell es geht, wie viele Befunde man jeden Tag machen kann. Mich motiviert eben, dass es für mich absolut ein Zukunftsmodell ist. Dass ich als Arzt auch meine Diagnose wann und wo ich möchte stellen kann. Dass ich sehr flexibel arbeiten kann. Dass man hier wirklich bemüht ist, dermatologische Probleme zu lösen. Dass wir ein sehr großes und eingespieltes Team sind. Dass wir das jetzt schon tun, was ganz viele in späteren Jahren erst tun werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.